Die Abenteuer Gordon Pimms oder die denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym von Edgar Allan Poe Kapitel 13 Endlich Ich will wieder die Tagebuchform wählen. 24. Juli Wir erwachten gekräftigt und mit Neumuter. Trotz der gefahrvollen Lage, in der wir uns noch immer befanden, ließen uns die endlosen Leiden, denen wir gerade entronnen waren, unsere jetzige Situation als ein immerhin erträgliches Übel erscheinen. So sehr sind Leiden und Freuden eben nur relative Begriffe. Kurz nach Sonnenaufgang erneuerten wir unsere Versuche, Lebensmittel aus der Vorratskammer heraufzuschaffen. Da jedoch bald ein kräftiger Regenguss niederging, standen wir einstweilen davon ab und bemühten uns, mittels des Tuches, das uns schon einmal zu diesem Zweck gedient hatte, Wasser aufzufangen. Wir hielten es aufgespannt, nachdem wir eins der Eisenstücke, die uns beim Tauchen in die Vorratskammer als Gewichte gedient, in seine Mitte gelegt hatten. Es bildete dort eine Vertiefung, in der sich Wasser sammelte, das durch das Tuch in den darunter stehenden Krug tropfte. Er war fast gefüllt, als ein heftiger Wind aus Norden uns zwang, die Arbeit aufzugeben, denn das Deck schwankte so, dass wir uns nicht mehr auf den Füßen halten konnten. Wir begaben uns wieder nach vorne, banden uns, wie vorher schon oft, an das Ankerspill fest und erwarteten die Ereignisse, die kommen sollten, mit mehr Ruhe, als wir es wohl selbst unter solchen Umständen für möglich gehalten hätten. Gegen Mittag frischte sich der Wind noch mehr auf, und der Abend brachte einen heftigen, von wildem Wogengang begleiteten Sturm. Da die Erfahrung uns jedoch schon gelehrt hatte, wie wir uns, ohne uns erheblichen Schaden zuzufügen, möglichst fest anbinden konnten, verbrachten wir die Nacht in verhältnismäßiger Sicherheit, obwohl wir jeden Augenblick fürchten mussten, von den Sturzwellen, die uns fast ununterbrochen bis auf die Haut durchnästen, doch noch über Bord gerissen zu werden. Glücklicherweise hatte das Wasser bei dem warmen Wetter eine fast angenehme Temperatur. 25. Juli Heute Morgen hatte sich der Sturm gelegt, es blies nur noch eine leichte Brise, und der Wogengang beruhigte sich allmählich. Zu unserem großen Schmerze bemerkten wir jedoch, dass zwei Kübel mit Oliven und der ganze Schinken, trotz der Vorsicht, mit welcher wir beides angebunden hatten, über Bord gegangen waren. Wir beschlossen, die Schildkröte noch nicht zu töten, sondern begnügten uns zum Frühstück mit ein paar Oliven und einer Ration Wasser, die wir halb mit Wein mischten. Dies leichte Getränk stärkte und erquickte uns sehr. Das Meer war noch immer zu bewegt, als dass wir unsere Nachforschungen in der Vorratskammer hätten fortsetzen können. Während des Tages bemerkten wir, dass der Schiffsrumpf sich mehr als je auf die Seite legte, sodass wir, ohne uns festzuhalten, nicht mehr aufrecht stehen konnten. Wir verbrachten so einen trüben, unbequemen Tag. Zum Mittag stand die Sonne fast gerade über unseren Häuptern und wir zweifelten nicht, dass uns die fast ununterbrochenen Winde aus Nord und Nordwest in die Nähe des Äquators getrieben hatten. Gegen Abend sahen wir einige Haifische und wurden durch die gierige Art, mit der sich einer der Größten uns nährte, nicht wenig beunruhigt. Einmal begrub eine Welle das Deck ziemlich tief unter Wasser und das Ungeheuer schwamm über uns dahin. Ungefähr über der Kajütentreppe hielt es ein paar Augenblicke still, wobei es Peters ziemlich heftig mit seinem Schwanze anstieß. Schließlich wurde es von einer mächtigen Welle hinweggetragen. Bei ruhigem Wetter hätten wir uns seiner bald bemächtigen können. 26. Juli Gegen Morgen hatte sich der Wind fast ganz gelegt, die See war ziemlich ruhig und wir setzten unsere Nachforschungen in der Vorratskammer fort. Nachdem wir den ganzen Tag hart gearbeitet hatten, mussten wir einsehen, dass von hier aus nichts mehr zu erreichen war. Die Scheidewände waren während der Nacht zusammengebrochen und der Inhalt an Lebensmitteln schwamm nun wahrscheinlich im Schiffsraum umher. 27. Juli Die See liegt wieder fast glatt, ein leichter Wind weht aus Nord und West. Am Nachmittag brannte die Sonne heiß und wir beschäftigten uns damit, unsere Kleider zum Trocknen aufzuhängen. Wir erquickten uns ein wenig durch ein Seebad, doch mussten wir dabei sehr vorsichtig sein, weil wir während des Tages wieder mehrere Haie in der Nähe der Brick gesehen hatten. 28. Juli Wir haben noch immer gutes Wetter. Die Brick neigte sich so auf die Seite, dass wir fürchten mussten, sie werde ganz umschlagen. Wir banden die Schildkröte, den Wasserkrug und die zwei Olivenkrüge windwärts an der Außenseite des Rumpfes an. Die See blieb den ganzen Tag sehr glatt und ruhig. 29. Juli Augusts verwundeter Arm zeigt Symptome, die auf Brand hinweisen. Er klagte über Schwäche und großen Durst, schien jedoch keine ausgesprochenen Schmerzen zu empfinden. Wir konnten nichts weiter für ihn tun, als seine Wunden mit ein wenig Öl, das wir von den Oliven nahmen, einzureiben. Es gewährte ihm jedoch keine Erleichterung. Wir verschafften ihm, soweit es in unserer Macht stand, alle Bequemlichkeiten und verdreifachten seine Ration Wasser. 30. Juli Ein außerordentlich heißer, windstiller Tag. Ein riesiger Haifisch schwamm den ganzen Vormittag mit unserem Wrack dahin. Wir machten verschiedene vergebliche Versuche, ihn durch eine Schlinge zu fangen. August befindet sich viel schlechter und wird sowohl aus Mangel an geeigneter Nahrung wie infolge seiner Wunde immer schwächer. Heute Abend verzerrten wir auch unsere letzten Oliven. Das Wasser im Kruge war so faulig geworden, dass wir es ohne einen Zusatz von Wein überhaupt nicht zu genießen vermochten. So wurde denn beschlossen, morgen früh die Schildkröte zu schlachten. 31. Juli Nach einer Nacht, die wir der Lage des Wracks wegen in Angst und Unbequemlichkeit verbrachten, machten wir uns daran, die Schildkröte zu schlachten und zu zerschneiden. Sie war bedeutend kleiner, als wir zuerst vermutet hatten. Das essbare Fleisch betrug höchstens 10 Pfund. In der Absicht, einen Teil desselben so lang wie möglich aufzubewahren, schnitten wir denselben in ganz kleine Stücke, füllten diese in die drei leeren Olivenkrüge und die Weinflasche und gossen das Öl von den Oliven darüber. Auf diese Weise setzten wir ungefähr drei Pfund beiseite und versprachen uns, nicht eher dran zu rühren, als bis das Übrige verzehrt sei. Dann beschränkten wir unsere Rationen auf vier Unzen pro Tag, sodass der ganze Fleischvorrat 13 Tage ausreichen konnte. In der Dämmerung ging unter Donner und Blitz ein heftiger Regen nieder, doch wehrte er so kurze Zeit, dass wir nicht mehr als eine halbe Pinte Wasser aufsammeln konnten. Wir bestimmten sie für Argest, mit dem es immer schlechter ging. Er trank das Wasser gleich aus dem Tuche, das wir so über ihn hielten, dass die Tropfen ihm in den Mund träufelten. Wir hatten nämlich kein leeres Gefäß mehr. Dem Kranken schien der Thron gar keine Erleichterung zu verschaffen. Sein Arm ist vom Handgelenk bis zur Schulter ganz schwarz, und die Füße sind kalt und starr wie Eis. Wir müssen jeden Augenblick seinen Tod erwarten. Er ist erschreckend abgemagert. Als wir nen Tucket verließen, wog er, wie ich mich erinnere, 127 Pfund. Jetzt kann er nur noch 40, allerhöchstens 50 Pfund schwer sein. Seine Augen liegen tief in ihren Höhlen und sind kaum sichtbar, und die Haut seiner Wangen hängt so schlaff und lang herab, dass er nur mit Mühe kauen und selbst Flüssigkeiten, nur mit Anstrengung schlucken kann. Das Wetter ist fortgesetzt ruhig, die Sonne brennt heiß. Wir litten quälenden Durst, denn das Wasser im Kruge war nun ganz in Fäulnis übergegangen und wimmelte von Maden. Dennoch schluckten wir ein paar Tropfen, die wir mit Wein vermischten, ohne dass wir unseren Durst stillen konnten. Etwas mehr Erleichterung gewährte uns das Baden in der See, doch konnten wir uns dasselbe nur in langen Zwischenräumen und mit großer Vorsicht gestatten, da beständig Haie in der Nähe waren. Gegen Mittag verschied Orgist unter heftigen Zuckungen, nachdem er schon seit Stunden kein Wort mehr gesprochen hatte. Sein Tod erfüllte uns mit den traurigsten Ahnungen, und wir waren so niedergeschlagen, dass wir den ganzen Tag überschweigend neben dem Leichnam sitzen blieben. Erst nach Anbruch der Nacht hatten wir den Mut, uns zu erheben und die Leiche über Bord zu werfen. Sie war in einem entsetzlichen Zustande und schon so weit in Fäulnis übergegangen, daß Peters, als er versuchte, sie aufzuheben, ein ganzes Bein in der Hand behielt. Als die zerfallende Masse an der Wand des Schiffes entlang in das Meer glitt, bemerkten wir bei dem phosphorisierenden Schein, der von ihr ausging, sieben oder acht Haifische, deren Zähne, als sie die Beute untereinander teilten, ein unheimliches Knirschen hören ließen, das weithin vernehmbar war. Entsetzen durchfuhr uns bei diesem schaurigen Geräusche. Gleiches Wetter, schreckhafte Stille, glühende Hitze. Der Morgen fand uns in bedauernswerter Niedergeschlagenheit und völliger physischer Erschöpfung. Das Wasser in dem Kruge war nur noch eine dicke, schleimige Masse, ein ekelhaftes Gemisch von Würmern und Schlamm. Wir schütteten es aus, und nachdem wir den Krug sorgfältig im Meere gereinigt hatten, legten wir die Reste der Schildkröte hinein. Unser Durst war inzwischen unerträglich geworden, und wir versuchten vergebens, ihn mit dem Weine zu löschen. Er berauschte uns nur. Wir wollten darauf unsere Qualen durch eine Mischung von Wein und Meerwasser lindern. Der Genuß hatte aber derartige Übelkeiten im Gefolge, dass wir ihn nicht wiederholten. Den ganzen Tag über erwarteten wir mit Sehnsucht den Augenblick, in dem wir ein Bad nehmen konnten. Doch vergebens, unser Fahrzeug war rundherum von Haifischen buchstäblich belagert. Es waren wohl dieselben Ungeheuer, welche unseren armen Kameraden am vergangenen Abend verschlungen hatten und nun jeden Augenblick ein neues, gleiches Mal erwarteten. Bitterer Schmerz und beängstigende Ahnungen erfüllten uns bei ihrem Anblicke. Das Bad hatte uns so unvergleichliche Erleichterung verschafft, dass der Gedanke, dieses kleinen Trostes auf so entsetzliche Art beraubt zu sein, unerträglich schien. Dabei schwebten wir beständig in Todesangst. Eine leichte Schwankung des Wracks konnte uns in den Bereich dieser gierigen Fische bringen. Weder Schreien noch Bewegungen unsererseits schienen sie abzuschrecken. Einer der Größten, der von Peters einen Hieb mit der Axt erhalten hatte, ließ sich selbst dadurch nicht vertreiben, sondern verfolgte uns weiter. Eine Wolke zog am Horizont auf, ging aber zu unserer Größten Enttäuschung vorüber, ohne sich zu entladen. Man kann sich einfach keine Vorstellung davon machen, welche Qualen uns der Durst verursachte. Diese Martern und die Furcht vor den Haifischen ließen uns die ganze Nacht nicht schlafen. Dritter August Noch immer keine Aussicht auf Besserung. Wir beschäftigten uns damit, unseren Wein und die Überreste der Schildkröte in Sicherheit zu bringen, um sie nicht zu verlieren, falls das Wrack, das sich immer mehr auf die Seite legte, umschlug. Zwei starke Nägel trieben wir nicht weit vom Kiel in den Schiffsrumpf und befestigten daran den Proviant, der uns dort sicherer zu sein schien als an dem Orte, an dem wir ihn vorher untergebracht hatten. Im Übrigen fortgesetzt quälender Durst. Keine Gelegenheit, uns zu baden, da uns die Haifische nicht einen Augenblick verlassen. Schlaf unmöglich. 4. August Kurz vor Tagesanbruch bemerkten wir, dass das Fahrzeug den Kiel ganz nach oben drehte, und wir mussten sehr vorsichtig sein, um nicht durch die Bewegung fortgeschleudert zu werden. Zuerst ging die Umwälzung nur langsam, sodass wir ohne Mühe in die Höhe klettern konnten. Besonders, da wir den guten Gedanken gehabt hatten, Tauenden an den beiden Nägeln, die unsere Vorräte festhielten, hängen zu lassen. Aber wir hatten die Steigerung der Gewalt nicht berechnet. Die Bewegung wurde zu heftig, und bevor wir noch Zeit hatten, herumzuklettern, fühlten wir uns mit Ungestüm in das Meer geschleudert, wo ein paar Klafter tief untersanken, während der riesige Kiel gerade über uns stand. Als ich ins Wasser tauchte, hatte ich mein Seil fahren lassen müssen. Ich befand mich vollständig unter dem Fahrzeug, und da meine Kräfte gänzlich erschöpft waren, machte ich kaum einen Versuch, mein Leben zu retten, und ergab mich schon in mein Schicksal. Aber ich hatte nicht an den natürlichen Gegenstoß der aufsteigenden Wasserwirbel gedacht, der durch die Umdrehung des Schiffes verursacht wurde. Er riß mich noch schneller wieder in die Höhe, als ich hinuntergeschleudert worden war. Als ich wieder an die Oberfläche des Wassers kam, befand ich mich ungefähr zwanzig Ellen vom Wrack entfernt. Das Fahrzeug lag mit dem Kiel nach oben, schwankte wild hin und her, und das Meer rundherum war sehr bewegt und voll heftiger Strudel. Von Peters keine Spur. Ein Fässchen mit Öl schwamm ein paar Schritte von mir entfernt, und verschiedene andere Gegenstände aus der Brick lagen rings auf dem Wasser umher. Am meisten ängstigten mich die Haifische, die, wie ich wusste, sich in meiner Nähe befanden. Um sie, wenn möglich, fernzuhalten, schlug ich heftig mit Händen und Füßen um mich, während ich mich dem Schiffskiel näherte und hüllte mich dadurch in eine dichte Schaumwolke. Ich zweifle nicht, dass ich diesem einfachen Hilfsmittel allein meine Rettung verdanke, denn kurz bevor die Brick umschlug, wimmelte das Meer rings derartig von diesen Ungeheuern, dass ich, während ich mich im Wasser befand, unbedingt mit ihnen in Berührung gekommen sein muss. Durch einen glücklichen Zufall erreichte ich also das Schiff, ohne Schaden zu nehmen. Aber ich war durch die heftigen Anstrengungen so erschöpft, dass ich niemals hätte hinaufklimmen können, hätte mir Peters nicht willkommene Hilfe geboten. Er war von der anderen Seite bereits hinaufgeklettert und warf mir nun eines der Seile zu, die wir am Nagel befestigt hatten. Kaum waren wir dieser Gefahr entronnen, als unsere Aufmerksamkeit auf eine neue, nicht weniger entsetzliche gelenkt wurde. Wir mussten Hungers sterben. Alle unsere Vorräte waren fort, waren weggefegt, trotz der Sorgfalt, mit der wir sie in Sicherheit gebracht hatten. Schlimm war auch, dass die Tücher und Decken verschwunden waren, mit denen wir bisher immer das Regenwasser aufgefangen hatten. Aber als wir uns nun ordentlich umsahen, fanden wir den ganzen unteren Teil des Schiffes mit einer dichten Lage großer Austern bedeckt, die uns eine vorzügliche, kräftige, reichliche Nahrung boten. So hatte sich also das Unglück, das uns zuerst so großen Schrecken verursacht, doch noch zu unserem besten gewandt. Wir hatten einen Vorrat entdeckt, der für länger als einen Monat ausreichte. Doch ließ die Schwierigkeit, Wasser zu verschaffen, uns vorläufig diese Wohlheit übersehen, die uns aus der Veränderung unserer Lage erwachsen war. Um den ersten kommenden Regen so gut wie möglich auszunutzen, zogen wir unsere Hemden aus, um uns ihrer wieder als Tücher zu bedienen. Aber wir durften natürlich nicht erwarten, auf diese Weise im günstigsten Falle mehr als ein Achtel Maß auf einmal zu erhalten. Doch keine Wolke zeigte sich tagsüber am Himmel, und der Durst wurde immer quälender. Nachts schlief Peters eine Stunde lang sehr unruhig. Mir selbst erlaubte diese Heftigkeit meiner Quale nicht, die Augen auch nur einen Augenblick lang zu schließen. 5. August An diesem Tage erhob sich morgens eine angenehme Brise und trieb uns durch eine Menge Algen, zwischen denen wir glücklicherweise kleine Krabben entdeckten, die für mehrere köstliche Mahlzeiten ausreichten. Da die Schallen noch sehr zart waren, aßen wir sie ganz und bemerkten, daß sie unserem Durst viel weniger reizten als die Austern. Da wir keine Heilfische mehr entdeckten, wagten wir es auch, uns zu baden, und blieben vier oder fünf Stunden im Wasser, während welcher Zeit wir eine bemerkenswerte Verminderung unseres Durstes verspürten. Nachdem wir uns so gestärkt hatten, konnten wir beide ein wenig schlafen und verbrachten die Nacht viel angenehmer als die vergangene. 6. August Heute wurden wir von einem anhaltenden Regen erfreut, der von Mittag bis gegen Abend dauerte. Da beklagten wir bitter den Verlust des Kruges und der Korbflasche, denn, trotz der Unzulänglichkeit unserer gegenwärtigen Mittel, hätten wir doch mit Leichtigkeit eins von ihnen, wenn nicht beide, füllen können. Doch konnten wir wenigstens unseren Durst stillen, indem wir die Hemden vollständig nass werden ließen und dann die Flüssigkeit in unseren Mund auspressten. Der ganze Tag verging unter dieser Beschäftigung. 7. August Gerade bei Anbruch des Tages bemerkten wir beide im selben Augenblick ein Segel im Osten, das direkt auf uns zuhielt. Wir begrüßten die Erscheinung mit einem ekstatischen Schrei und begannen sogleich, alle nur möglichen Signale zu geben, winkten mit unseren Hemden, sprangen so hoch, wie es unsere Schwäche zuließ und schrien mit der ganzen Kraft unserer Lungen, obwohl das Fahrzeug noch 15 Meilen entfernt war. Doch näherte es sich uns immer mehr und wir waren überzeugt, dass es, wenn es die Richtung beibehielt, uns unfehlbar bemerken müsse. Eine Stunde, nachdem wir es entdeckt hatten, konnten wir mit Leichtigkeit die Menschen auf Deck erkennen. Es war ein langer, niedriger Schoner mit stark nach hinten geneigtem Mastwerk und schien eine zahlreiche Mannschaft mit sich zu führen. Wir standen Todesangst aus, denn wenn wir auch nicht annehmen konnten, dass sie uns nicht bemerkten, so fürchteten wir doch, dass sie uns unserem Schicksal überlassen würden, was ja, so barbarisch roh es ist, auf dem Meere zuweilen vorkommt. Doch erbarme man sich unserer. Wir bemerkten plötzlich eine Bewegung auf dem fremden Fahrzeug. Man zog die englische Flagge auf und steuerte direkt auf uns zu. Eine halbe Stunde später waren wir wohlbehalten in der Kajüte des Schoners Jane Guy aus Liverpool, der Robben und anderes Seetier jagen und in dem Südmeer und dem stillen Ozean Tauschhandel treiben wollte.